Alright, da ist der Aufzug, Eishöhn, Abwart. Okay, warte, der Weg nach draußen war er, ne? Er war das, ja. Ja, aber dein Kollege trifft mich dafür. Bro, der war einfach geil platziert, guckst du dir doch an. Digger, der war Top Corner des Todes. Ey, die clip den Scheiß, clip den Scheiß. Nein. Nein, dafür war der Touch zu fest. Prioritäten setzen hinzu. Ich kann es ja von hier aus eh neu starten. Easy. Scheiße. Da war eine Ahnung. Perfekt, perfekt. Ja, warte, ein Loop warten wir noch. Warte. Gib uns ne Sekunde. Jetzt müsste der Switch kommen. Ja, perfekt, ja, perfekt. Ja, danke. Yep. Sehr gut. Das ist gekauft. So, und auf der Ratio spielen wir jetzt. Rainbow, easy. Eddie, wo war der? Keiner, ich hab den nicht gesehen. Nice. Ich bin dein Bastard. Okay, hier war eh nur der Klumpen. Aha. Bro. Ihr nen Invite bekommen? Ja, ich trete gleich rein. Okay, perfekt. Machen wir das jetzt so. Machen wir aber hier dein komisches Zwift-Squad. 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 Machen wir hier Schwipp-Squad. Machen wir hier Schwipp-Squad. Machen wir Schwipp-Squad. Schwimm über dich, Schwimm über dich. Machen wir die Schwam-Squad. Machen wir uns. Machen wir uns. Machen wir uns. Ich mag Fische. Machen wir uns. verpiss dich ich habe keine kekse für dich du spaß die tiger verpiss dich ich hab nix für dich ich schwöre eddie hat das ich dachte sie drin aber guter schuss trotzdem ich hatte schon Angst dass ich ihn doch treffe alter das war ein coxier pinch oh mein gott war das clean bin ich aber nicht du bist so eine kleine bitch ne komm jetzt her komm jetzt her ja ich bin bei euch im spawn ich küsse dich ich küsse dich verdammt oh fuck wow was für ein pinch er oh so dann wieder auf ps5 wechseln im titel er ist es nicht also im menschen so ein szenario alter wie die jedis gegen hitler und co kämpfen er guten über dem vater ist klar dass die tochter so hässlich ist alter und egal welche albträume kriegen also ganz ehrlich das foto im keller aufhängen und ich schwöre ihr habt nie wieder probleme mit ratten möchte mit aufs kopfkissen kacken ich kann ja sagen dass eine schokopraline oder so ein datastick nicht mit mir ich bin das tor lust Das war's, ne?